UNTERTITELUNG Und du, wieviel warst du? Vier. Glaub ich nicht. Warum nicht? Ich weiß, dass du mal liegen lässt. Jetzt sag bloß, wie ist das für mich? Jetzt sag bloß, wie ist das für mich? Mit irgendeinem Kackfilm. Hier ist die Bundesbank. Hier ist ein Revier. Und hier ist noch ein Revier. Und wo klingelt's? Bei beiden. Erstmal. So, die normalen Bullen rücken aus, machen aber nichts. Die Weicheier warten aufs SEK. Die sind hier kaserniert. Genau. Und wenn die Unterlagen hier stimmen, dann brauchen die normalen Bullen drei Minuten, bis sie bei der Bank sind. Und das SEK vier Minuten. 60 Mio in 50ern. Zwei Paletten, 1,2 Tonnen. 20 Mio in 20ern, 1,2 Tonnen. 20 Mio in 10ern, bla 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 bla. Wie willst denn du 4,8 Tonnen in unter vier Minuten verladen? Zu viert. Falls der Typ in der Bank überhaupt hilft. Fünf Minuten. Und wir nehmen nur mit, was wir in der Zeit rauskriegen. Ja. Den Rest willst du da, Leute? Sag mal, du hast doch ne Macke, Harms. Wir fahren da auch nicht mit dem 7,5 Dollar rein. Das ist viel zu eng. Überall Einwandscheißen. Womit denn mit dem Fiat 500? Wieso eigentlich fünf Minuten? Das SEK braucht doch noch vier Minuten. Ja. Genial. Wer fährt die? Araber. Werben Sie einen Zufall? Was machst du denn so? Hast nichts vor? Keine Pläne? Bring was, was denn denn drin tut? Lass die Frage rein. Ich glaub sie. Es geht um Geld. Um sehr viel Geld in kurzer Zeit. Und minimalem Risiko. Wenn's kommt das Glück, dann muss es bei den Hörnern packen. Glück hat keine Hörner. Du sollst es dir einen anderen Freund... Tschüss. Warum muss denn immer was faul sein, wenn man mal Glück hat? Was willst du vom Alpen? Hm? Wie nennt man deinen Job? Freund. Das ist kein Job. Hier ist die Bundesbank. Hier ist ein Revier. Und hier ist noch ein Revier. Ich sag, wie's gemacht wird. Ich sag, wer mitmacht. Sie übernehmen die Kosten. Gleiche Teile für alle. War er hier? Ich muss ihn sprechen. Was willst du denn von dem Arms? Der hat drei Viertel seines Lebens im Gefängnis verbracht. Was kann der dir bieten? Wenn sie dich diesmal kriegen. Ich mach was ich mach, weil ich's machen will. Arms, jetzt komm! Alter, wie bist du hier weg? Arms!